Einer fährt dein Schiff, du killst alles. Weil dann hast du nämlich... Das würde ich so ein bisschen empfehlen, wenn wir Raw Prime Need machen. Dann fährt einer die ganze Zeit die Seite entlang und du killst alles, was du siehst. Eben. Und dein Schiff bleibt ein bisschen weiter hinten, damit nicht das Schiff angegriffen wird. Willkommen am Stream. Was denn? Was? Bringt das Vieh um? Ist das hinten bei der Insel? Oh Gott sei Dank. Äh... Lock ihn lieber bitte nicht hier hin. Also, wir werden nicht so... ...frei. Scheißen, Alphi... Ach, das lila Ding ist gleich unten. Das Scope Attachment braucht 20 Kristall, 5 Steine... ...und 40 Metall. Also, ziemlich günstig zu bauen. Ist für Pistolen und Maschinen-Shutgun. Boah, Maschinette-Shutgun steht da. Was war denn da drin? Oh Gott. Haben wir so drin gebraucht. Oh Gott. Haben wir so drin gebraucht. Da, du kriegst es schön für Prime Meat. Das dachte ich mir schon. Äh... Äh... Wir brauchen 1 Barkpuder, glaube ich, für... Äh... Für... Äh... Ein Fleisch. Um es zu räuchern. Ich bin mir irre. Aber... Deswegen können wir auch 50 50 nehmen. Oder 4... 25. Ja, okay, das reicht. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Mhm. Ah, meine Augen brennen eher. Aber wie? Da muss ich später auch noch Bären und Fleisch. Da haben wir auch kein Bock drauf. Äh... Der Pteranodon... Ah ne, hab ich ja schon gefragt. Hast du ja schon gemacht. Alter, der ist ja geschützt. Und dann hol deine Armbrust raus. Ja, Alter, der ist ja geschützt. Mein letzter Vogel hatte 160 Oxygen. Nach 2. Nicht alle gut ab least auch hier! Nicht alle abues zu rauchern. Ich hab gerade gar nicht vor- Ja, natürlich, ramps участ 아래. Wie ist dann strategisch supposed to happen? ganz schön3 rot... Und Lade? Genau, 궁금 binh. Mit dem çač auf? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ist ja gemein. Oh Gott. Gleich kommt er hat 50 gefressen. Komm zu mir, ich hab noch welche. Ich hab noch 81 Pfeile. Ich kann dir 31 noch rüber geben, wenn du willst. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich weiß, was ich für morgen vorschlage. Dass wir drei dann, wenn der Bruder von Yeti dabei ist, dann nochmal beim Fleischfahren dabei ist. Dass wir da gemeinsam da Fleisch und Beeren reinschmeißen. Weil das ist ja wirklich dann... Ah Gott. Weil das ist ja schon Gruppen-Zeugs. Und das wäre ja schon scheiße, wenn einer allein in dem trug was rein tut, der andere nichts in dem tut und den anderen auch nicht. Das sieht ja... ne? Das sieht ja auch ein bisschen scheiße. Das ist fies. Schön, schön. Ja, stimmt wohl. Wir haben ja noch nicht mal Mittag. Ich hab fast die Hälfte von dem getamed. Und... LOL. Dann weiß ich, wann ich den fertig habe. Und hat er schon viel Priming draus geschmissen? Ah, okay. Was? Du verarschst mich grad. Aber richtig schnell, ey. Also wir brauchen unbedingt dieses Ding da zum Braten. Unbedingt. Ja, das stimmt. Guck mal nach, weil... Ich glaub wir konnten den nämlich schon lernen. Industrie-Grill, oder? Ah ja. Braucht man auch 40 EP-Punkte. Soll ich denn dann lernen oder willst du denn lernen oder? Keine Ahnung. Uh huh. Oh, 확. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.